Ja Leute, heute habe ich wieder was richtig Geiles für euch, wenn ein Geschwister oder eine andere Person dich einfach beim Liebemachen erwischt. Nummer 1 auf jeden Fall beim Liebemachen erwischt zu werden ist, diejenige Person klopft an oder zum Beispiel deine Eltern so, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Hilfe und du bist einfach dabei und so, Alter, du bist jetzt richtig trocken. Nummer 2, ja, du bist einfach so draußen, irgendwo im Auto oder im Park oder irgendwo in der Wildnis und so, auf einmal kommt so ein Spaziergänger und so, la 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 la, hat auf einmal so Geschreie und dann geht es danach und du so, oh my god, OMG, Alter. Nummer 3, auf einmal, du, ihr habt da Handy neben dem Lieben, auf einmal so aus Versehen oder so Handy am Laden, auf einmal ruft einer von euren Geschwister, Eltern oder irgendeiner an, so, du, 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 im Kopfkino, so, Maschallah, ey, so richtig geil dabei und so, alles mal kaputt, so, äh, nein.